Man muss auch mal n'n Humper tun, denn nach der langen Arbeitszeit braucht man etwas Fröhlichkeit. Ja, da muss man mal n'n Humper tun, das macht uns ja so froh. Man hat ja Zeit, sich auszuruhen, für uns ist jeder Feiertag gewöhnlich auch ein freier Tag. Ja, da muss man mal n'n Humper tun, das ist einmal so. Trinkst du eins, zwei, drei, vier, Kognak, dann Prost. Denn so eins, zwei, drei, vier, Kognak sind Prost. Man muss auch mal n'n Humper tun, denn nach der langen Arbeitszeit braucht man etwas Fröhlichkeit. Ja, da muss man mal n'n Humper tun, das macht uns ja so froh. Dann, dann mal n'n Humper tun, das macht uns ja so froh. Das macht uns ja so froh. Ja, man muss auch mal n'n Hupfer tun. Denn nach der langen Arbeitszeit, da braucht man etwas Fröhlichkeit. Da muss man mal n'n Hupfer tun. Das macht uns ja so froh, das macht uns so froh. Man hat ja Zeit, sich auszuruhen. Für uns ist jeder Feiertag gewöhnlich auch ein freier Tag. Da muss man mal n'n Hupfer tun. Das ist einmal so, ja, das ist so. Bringst du eins, zwei, drei, vier Konjakt an groß. Du gehst nicht viel, denn so eins, drei, drei, vier Konjakt sind groß. Für Leib und Seel, ja, man muss auch mal n'n Hupfer tun. Denn nach der langen Arbeitszeit, da braucht man etwas Fröhlichkeit. Da muss man mal n'n Hupfer tun. Das ist einmal so, ja, das ist so.